Wir haben es hier mit einer 3x3 Matrix zu tun, also einer Matrix A mit 9 Einträgen. Wir sollen das normierte charakteristische Polynom der Matrix A bestimmen. Das heißt im Prinzip Lambda hoch 3 plus irgendwas mal Lambda Quadrat plus irgendwas mal Lambda plus irgendwas. Das Lambda wird in X umbenannt, völlig egal. Normieren bedeutet also, wir sollen das Ding so bearbeiten, dass Form x hoch 3 eine plus 1 steht und nicht etwa eine minus 1. Ganz allgemein, was ist die Theorie davon? Wir wollen eben im Prinzip Richtungen finden, so wenn wir die Matrix A mit einem Vektor x multiplizieren, dann soll das Vielfache dieses Vektors x rauskommen. Das heißt, der Vektor x darf nicht gedreht werden, das ist die Definition einer Hauptrichtung. Jetzt können wir auf beiden Seiten minus A mal x abziehen. Dann passiert im Prinzip folgendes. Dann habe ich hier stehen, Lambda mal x minus A mal x gleich 0 oder Lambda mal x. Lambda, also das wird jetzt mit der Matrix I multipliziert, die Matrix I oder E ist die Einheitsmatrix, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Und dann kann ich eben im Prinzip das x noch ausklammern und dann habe ich eben i mal Lambda minus A mal x gleich 0. Der Vektor x gleich 0, 0, 0 erfüllt dieses Gleichungssystem. Ich bekomme aber Lösungen ungleich 0, 0, 0 nur dann raus, wenn das Gleichungssystem linearabhängig ist. Deswegen muss die Determinante gleich 0 sein. Die habe ich unten mal ausgeschrieben und dann habe ich die gebildet. Nach der Regel von Sarrus, also im Prinzip zack, 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 minus zack, 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 das Produkt der entsprechenden Diagonalen. Also im Prinzip wird multipliziert das mal das mal das. Dann kann man eben hinschreiben, was passiert. Und dann kommt drauf das mal das mal das und das mal das mal das. Und dann wird eben die andere Richtung abgezogen. Das ist die Regel von Sarrus. Ja, dann bekommen wir im Prinzip folgendes Gleichungsraus. Wir haben hier drei Terme. Das ist der Term Nummer 1. Das ist der Term Nummer 2. Und das ist der Term Nummer 3. 1 bezeichnet man auch als die Spur von A. Das hier ist die Determinante von A. Und das hier ist die Summe der Unterdeterminanten. Das heißt, wenn ich im Prinzip das mal den minus das mal den bilde, habe ich die erste Unterdeterminante. Wenn ich dann das mal den bilde, minus das mal den, habe ich die nächste Unterdeterminante. Und dann bekomme ich noch das mal den minus das mal den. Wenn ich eben in der Mitte diesen Wert hier zuhalte und damit diese Spalten hier zuhalte, bekomme ich die dritte Unterdeterminante. So, die können wir jetzt bilden. Und das nennt man auch die Invarianten der Matrix A, die durch die Achsendrehung eben sich nicht verändern. Wenn ich jetzt also das anwende auf die Matrix A, das hier ist die Matrix A, dann kann ich erst mal die Spur bilden, die ich abziehen muss. Ich kann also sagen, die Spur ist gerade minus 2, minus 2, minus 2. Das ist also jetzt die Summe der Hauptdiagonalen und das ist gerade minus 6. Jetzt kann ich 2 ausrechnen. Das ist dann erst mal minus 2 mal minus 2 gibt 4. Und davon muss ich abziehen. Die 10, das war also jetzt diese Determinante, 4 minus 10. Jetzt kommt die nächste Determinante hier. Das heißt, wir haben jetzt wieder plus 4 und minus 3. Und jetzt kommt die letzte Determinante. Das wäre also die Determinante das mal den. 10 sind plus 4 und abziehen muss ich dann den. Und damit haben wir, ich gucke nochmal, ob die Vorzeichen richtig abgeschrieben sind, plus 15. So, und dann haben wir das erledigt. Und dann können wir gucken, was da rauskommt. Und da haben wir dann also stehen, 4 plus 4 sind 8, plus 4 sind 12. Dann haben wir plus 15 sind 27, 17, 14. Da haben wir anscheinend eine 14 raus. So, das heißt, wir haben schon mal folgendes stehen. Wir haben schon mal, wo sollen wir es eintragen? Erstmal die negative Spur. Da müssen wir also eine plus 6 eintragen. Hier können wir die 14 eintragen. Die 14 ist positiv. So, und jetzt kommt noch die Determinante. Um die Determinante zu bilden, gibt es natürlich verschiedene Verfahren. Man kann es einfach mit Sarus bilden. Man kann auch ein Vielfaches einer Zeile auf eine andere drauf addieren. Und die so auf diagonalen Form bringen. Wenn man da also was sieht, kann man das anwenden. Es kommt auch wahrscheinlich darauf an, was man öfter macht. Wir können ja einfach mal den Sarus bilden. 2 mal 2 mal 2 sind also die minus 8. Jetzt habe ich minus 2 mal 1 sind plus 2. Mit minus 3 multipliziert gibt es minus 6. Und jetzt habe ich 5 mal 5 sind 25. Mal 3 sind 75. Und das Ganze ist positiv. Davon wird jetzt abgezogen. Die 5 mal 2 mal 3, das sind also 30. Dann habe ich 1 mal 3 mal 2. Das sind 6. Und 4 negative Vorzeichen, also plus 6. Und dann habe ich noch 2 mal 2 mal 5. Das sind 20. Und auch das hier plus 20. So, jetzt können wir gucken, was das ist. Wir haben hier 75, 85, 95, 101. Davon müssen wir abziehen. 30, 38, 44. Und kriegen raus. 4 und 7 sind 1, 5, 57. Jo. Das Vorzeichen muss ich aber noch ändern, weil ich die Determinante abziehen muss. Wir gucken uns also nochmal an, wie das aussieht. Wir haben das charakteristische Polynom ganz allgemein. Lambda hoch 3 minus Spur oder minus 1 mal Lambda Quadrat plus 2 mal Lambda und minus 3 mal gar nichts. Und das ist gleich 0. Also bei der Spur haben wir ein negatives Zeichen. Bei der Determinante haben wir ein negatives Zeichen. Und bei den Unterdeterminanten können wir das Zeichen so lassen. So, damit haben wir alles eingetragen und sind soweit fertig. Und jetzt wird durch die Drehung des Koordinatensystems diese verwandelt in eine neue Matrix, die im Prinzip hier Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3 hat und der Rest ist 0. Und wenn es mir gelingt, diese Lambdas zu bestimmen, dann kann ich eben im Prinzip feststellen, dass sich die Invarianten nicht geändert haben. Das heißt, ich kann eben im Prinzip sagen, das was hier jetzt ist, ist die Spur. Das hier ist jetzt also gleich Lambda 1 plus Lambda 2 plus Lambda 3. Das Ganze hier ist Lambda 1, Lambda 2 plus Lambda 2 plus Lambda 3 plus Lambda 3 Lambda 1. Und hier haben wir Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3. Gelingt es mir also, die drei Lambdas zu bestimmen, indem ich eine Nullstelle rate, dann kann ich eben im Prinzip die quadratische Gleichung lösen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eben gucken, ob die Invarianten dieser Matrix nach der Hauptachsen-Transformation, das nennt man auch die Diagonalmatrix, und die Diagonalmatrix hat die gleichen Invarianten wie die Matrix A. So kann ich prüfen, ob ich die Invarianten richtig bestimmt habe und ob ich die Lambdas richtig bestimmt habe. Die dürfen sich also im Prinzip nicht ändern. Ja, und das ist eine sehr einfache Probe. Und das zeigt uns, dass durch die Drehung des Koordinatensystems die Informationen der Matrix A nicht verändert wurden, sondern nur durch einfachere Zahlen aufgeschrieben wurden, weil jetzt alle Nebendiagonal Null sind. Und das ist der Zweck der Hauptachsen-Transformation. Alles klar, alles klar. Vielen Dank.